Yo Leute und willkommen zu einer Runde Hive Ähm ok Hive So Leute das sind wir in der zweiten Runde Äh der hat Anti-Noppeak oder irgend sowas Wir haben den Ok wir haben den So Versuch Nummer 3 glaube ich Und auf dem Map Isla del Rosa oder wie die heißt Und wir haben das Pferd nicht erwischt Aber wir haben ne Waffe Und da haben wir einen Oh den haben wir von hinten bekommen Der hat nicht aufgepasst Und ne Rot haben wir Nice Und ja Leute ihr müsst es nicht Bin so ein richtiger Hive Schützer Äh Kappa Also Leute wenn ich eine Runde gewinne das wäre schon mal So ein Traum Haben wir Leute das ist jetzt einfach nur so ein Einzelfall Das ist einmal so wenn man Hive kommt Weil ich gerade so fand Immer so eine Runde Hive aufzunehmen Und so den Zustand von dem Server So im Moment darzustellen Weil im Moment kann man auf Hive Oder einfach generell nirgends wirklich normal spielen Können wir da vorne fighten welche Oh Leute wir haben den bekommen Oh mein Gott war das close Shit Gut Wir haben den Hacker Wir haben den Hacker Nice Oh mein Gott die Runde ist so intens Leute ihr könnt ihr mal gerne so in die Kommentare schreiben Vielleicht wollt ihr ja mehr Hive sehen Ich weiß ja nicht ob das so Ja ok Leute das ist ja eigentlich ein Team Ok mit Emerald Ok mit Emerald Man was mach ich denn immer? Femmer Äh Okay